So, herzlich willkommen, Montag-Ausgabe. Heute haben wir es relativ spät. Wir kommen gerade aus dem Kroatien-Italienspiel. Da wollen wir es auch erstmal belassen. Wir haben ein tolles Thema mitgebracht, aber ich hoffe, dass wir hoffen, dass ihr alle gut in die neue Woche gestartet seid. Dass alles gut ist, dass ihr gesund seid, dass ihr munter seid. Und die Jenny hat mal so einen Raum gestreut, das Thema persönlicher Antrieb. Wo kommt der her? Hat man es im Blut irgendwo? Kommt das intrinsisch oder kann nicht der extrinsisch in den Podex treten, dass du einen Antrieb entwickelst? Wieso, weshalb, warum? Aber ich will einfach mal sagen, die Jenny fragen, Frau Ski, was treibt dich morgens an? Was treibt dich morgens an, so früh aus dem Bett zu gehen, obwohl du eigentlich locker bis neunisch schlafen könntest? Klar, wir haben einen Hund, aber du bist relativ früh wach und gehst auch schon relativ früh auf all deine Social-Media-Kanälen. Sei es online, du lädst was hoch und so weiter und so fort. Wo kommt dein Antrieb her? Oder wie sah es auch mal aus, als du jung warst? Als ich jung war, ich bin immer noch jung. Also ich meine mal so mit, die Ahnung, 15. Ja, also ich sage mal so, das ist für mich einfach Routine, dass ich morgens so früh aufstehe, weil ich es nicht anders gewohnt bin und weil ich eigentlich eher ein frühaktiver Mensch bin wie ein nachtaktiver Mensch. Irgendwie hat es aber gerade so ein bisschen gedreht, ich weiß auch nicht. Nichtsdestotrotz, ja, aber ich denke, ein Antrieb hat ganz, ganz viel mit dem Warum zu tun, was das Warum ist, warum du etwas tust oder warum du eine Sache machst, was für dich, sage ich mal, der Output ist. Was willst du damit erreichen? Weil, wie sagt man so schön, ohne, also ein Schiff ohne Hafen, wie sagt man das? Für den, genau, ist jeder Wind der Richtige, weil im Endeffekt, es ist ja jetzt mal egal, über was man spricht. Wenn man jetzt zum Beispiel über persönliche Ziele spricht, ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel. Ich will Gewicht verlieren, zum Beispiel als Ziel und wenn du einen Grund dafür hast, zum Beispiel eine Hochzeit oder irgendein Event, was ansteht, dann ist es ja immer faszinierend, dass viele Leute plötzlich schaffen, es durchzuhalten und wirklich einige Kilos abzuspecken. Und wenn man halt kein Warum hat oder keinen Grund oder es ist ja genauso, wenn sich Leute trennen, also meistens trennen sich Leute und plötzlich total die Verwandlung, die Leute werden voll, also nehmen total ab und was weiß ich, sind plötzlich voll aktiv auf Social Media, zack, bumm, haben sie wieder einen Partner, gehen sie wieder auseinander und man hört und sieht wieder nichts. Also es ist ja immer so das persönliche Warum, was man hat, der persönliche Antrieb, also ich meine, klar, das mit dem Abnehmen ist jetzt eine Sache, aber natürlich auch die beruflichen Ziele, die man hat oder die Ziele, die man generell hat, sind natürlich immer abhängig von deinem Warum und das Warum bestimmt auch deinen Antrieb und wie groß dieses Warum ist. Jetzt sind wir hier natürlich in einer, sage ich mal, Gesellschaft, wo man ein gutes soziales Netz hat, also wo man fast sogar ein besseres soziales Netz hat, wie wenn man arbeiten geht, sage ich mal. Aber wenn man jetzt wirklich mal an ärmere Länder denkt, da denke ich immer an die Story, die bei unserer Global Rally erzählt wurde und zwar war das eine Afrikanerin, die sich getrennt hat von ihrem Mann und hatte zwei oder drei Kinder und natürlich gibt es in Afrika kein Hartz-IV-ETC und natürlich musste sie gucken, dass sie ihre Kinder durchkriegt und die kam wirklich, als sie ihre Story erzählt hat, auf die Bühne mit einer Schubkarre, in der sie ein paar Produkte hatte und hat gesagt, sie hat angefangen im Dorf von Haus zu Haus mit der Schubkarre zu gehen, weil ihr Mann das Auto mitgenommen hatte und sie wusste einfach, für sie geht es ums Überleben, sie muss ihre drei Kinder durchspringen und nicht nur das, dort kostet die Schule ja auch Geld. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass man einfach eine Schulpflicht hat und zur Schule gehen darf, sondern dort kostet es Schulgeld und sie wusste, sie muss drei Kinder in die Schule schicken, sie muss drei Kinder ernähren, sie brauchen ein Dach über dem Kopf und sie muss einfach etwas tun. Und es war so ein Gänsehautmoment zu sehen, dass die Frau einfach heute in einer riesen Villa wohnt, sich ein BMW gekauft hat, den sie bar bezahlt hat und es ihren Kindern und ihr selber einfach gut geht. Und ja, ich denke einfach, je größer dein Warum, umso größer eben auch der Antrieb. Ja, das ist halt eben das Thema, wie klar ist dein Ziel oder wie stark ist dein Warum? Und vor allem geht es ja auch, jetzt gehen wir mal so businessseitig, smarte Ziele, spezifisch und so weiter und so fort, wie genau hast du es runtergebrochen? Und ich denke, da ist auch schon der Dreh- und Angelpunkt für alles eigentlich. Was willst du langfristig irgendwo erreichen? Was willst du kurzfristig erreichen? Das ist alles deine Zielsetzung und das lässt dich jeden Tag aufstehen. Ich glaube, Arnie, Arnold Schwarzenegger hat da auch ganz tolle Zeilen dazu verfasst und ich glaube auch Interviews schon gegeben, was ihn so angetrieben hat, dass er halt eben aus seinem Dörflied rauswollt und nicht irgendwie, ja, auf diesem Level bleiben. Er wollte halt eben mehr vom Kuchen, mehr Stückchen und was weiß ich nicht. Klar kann das dann halt eben auch, wenn du etwas aus Angst machst, eine falsche Zielsetzung sein, weil Angst getrieben hat halt immer so seine zwei Seiten. Deswegen sollte es eigentlich immer eine klare Entscheidung sein, nicht, dass du von etwas weg willst, sondern dir einen neuen Zustand irgendwo auch wünscht. Und da bin ich auch wieder am Thema, sich etwas zu wünschen, ist das eine. Aber die Disziplin aufzubringen, die Selbstdisziplin aufzubringen, jeden Tag, so wie du es machst, ich bin nicht so diszipliniert wie du, das muss ich so sagen. Dafür habe ich irgendwo andere wahrscheinlich, irgendwo anders meine Stärken. Aber die Selbstdisziplin ist ja das, was die Spreu vom Weizen irgendwo trennt. Die Regelmäßigkeit, das jeden Tag zu machen und nicht zu sagen, ey, ich versuche das jetzt mal in der Woche, nach Tag drei breche ich ab. Der Umgang mit Ablenkungen, gut, dieses Doom-Scrolling auf TikTok oder was weiß ich nicht, die Shorts und die Reels, wie sie alle heißen, das lenkt einem schon ziemlich gut ab. Aber dann kann man sich auch selber irgendwo maßregeln. Aber da sage ich ja wiederum, um den Bogen zu schlagen, Zeitmanagement, sich da auch feste Zeiten einzuteilen und sich nicht selber so arg unter Druck zu setzen. Also ich denke einfach, jeder erfolgreiche Mensch auf der Welt, egal wer es ist, wird dir einen Satz sagen und das ist, du scheiterst nur dann, wenn du zu früh aufgibst. Und das sehe ich genauso. Ich sehe einfach, dass Menschen, ich weiß, also ich kann das wirklich für alles durchspinnen, ob ich jetzt zum Beispiel das Thema nehme, Nahrungsergänzungsmittel. Also jemand oder, keine Ahnung, man fängt an, ein Naturshampoo zu benutzen oder weiß der Geier, ich trinke eine Salzsohle oder so. Ich meine, es ist ja logisch, dass wenn ich jetzt anfange, eine Salzsohle zu trinken, dass ich nicht heute das trinke und morgen einen Effekt merke. Also du musst es schon mal ein Jahr am Stück jeden Tag nehmen, um wahrscheinlich dann einfach einen Effekt zu sehen. Aber viele, die fangen etwas an und nach zwei Wochen ist noch nichts passiert. Oder sie merken es einfach vielleicht noch nicht gravierend genug oder noch gar nichts und dann hören sie damit auf. Und so ist es halt mit allem. Es wird, also eine Diät an sich bringt sowieso nichts. Man muss eine Ernährung umstellen. Die Leute machen eine in Anführungszeichen Diät. Sie fangen an, dann wird drei Wochen damit gearbeitet und dann ist es zu anstrengend und dann hört man schon wieder damit auf. Und so ist es halt mit allem. Die Leute fangen an, an ihrem Mindset zu arbeiten oder mit einem Mindset-Tagebuch oder Dankbarkeitssätzen, sage ich mal. Das sind ja alles Tools, die habe nicht ich erfunden, sondern das sind Tools, die habe ich wirklich bei jedem erfolgreichen Mensch schon mal rausgehört aus irgendeiner Rede, die er gesagt hat. Ob das jetzt ein Bodo Schäfer ist, ob das ein Tobias Beck ist, ob das ein Arnold Schwarzenegger ist, ein Sylvester Stallone, eine Ofra Winfrey, ein Steve Jobs, keine Ahnung wer. Also das sind ja Dinge, Tools, die jeder von denen Einzelnen sagt, dass er die jeden Tag tut. Jeden Tag. Nett drei Wochen und dann höre ich auf. Nett ein Jahr und dann höre ich auf. Jeden verdammten Tag deren Lebens. Und das sind Menschen, die meiner Meinung nach da sind, wo ich auf jeden Fall hin will. Die haben Erfolg in ihrem Leben. Und deswegen gibt es eine Sache, die die alle sagen. Das Einzige, warum du scheiterst, ist, du hörst zu früh auf. Und deswegen höre ich nicht auf. Deswegen mache ich einfach weiter, weil ich mir sage, naja, was bricht mir denn für einen Zacken aus der Krone. Ich habe mir eine Routine aufgebaut, die ich ja mittlerweile schon seit Jahren durchführe. Das heißt, für mich ist es ja nichts mehr hochtrabendes, spektakuläres. Ich führe das seit Jahren durch, egal wann. Ja, ich bin zum Teil nachts um drei aufgestanden, um meine Routine durchzuführen und das sechs Jahre lang. Ich mache das einfach. Mir tut es auch gut. Ich merke das, dass ich mich in den Jahren verändert habe, dass ich mich positiv verändert habe. Erfolgreich bin ich auch schon, sage ich mal, in meinem Leben. Und ja, deswegen, warum das nicht weitermachen? Das ist irgendwo mein Antrieb, Dinge eben einfach weiterzumachen. Aber diese Leute, wie gesagt, sagen dir auch, dass du einfach ein starkes Warum brauchst. Also du brauchst einfach jeden Morgen diesen Grund in deinem Kopf, was für dich der Grund ist, jetzt aufzustehen. Ja, da will ich aber auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Also persönlicher Antrieb ist das eine, warum zu entwickeln das andere. Also, dass man weiß, wo man hin will. Was ich auch immer, was ich oft gesehen habe, auch hier in diesen Online-Medien, wenn du rumscrollst, dass, ja, ich komme auch oft immer auf die Jugend zu sprechen, die einfach irgendwo auch falsche Vorbilder haben, aber diese Ziele dieser Person übernehmen. Also Ziele, die die Leute unbedingt nicht selber haben, sondern sehen, das ist mein Idol. Ich fröne dem nach und ich mache das nach, auch wenn ich das eigentlich gar nicht will. Das finde ich halt eben auch wieder die Gefahr, nicht am Ball zu bleiben, weil das nicht die eigenen Ziele, nicht die eigenen Träume sind. Ja, das stimmt. Die gucken da auf und das ist jetzt ein Influencer, XYZ-Influencerin, wie auch immer. Die sehen, die machen Online-Para, die machen dies, die machen das, die machen da ein bisschen Bubifresse in die Kamera hängen und fertig. Aber vielleicht ist das ja gar nicht deins. Und dann verlierst du die Lust und suchst dann die Schuld wieder bei anderen. Und dann, da bin ich wieder bei der Anpassungsfähigkeit, beim Durchhaltevermögen, aber auch bei der Anpassungsfähigkeit, auch mal ein Ziel zu korrigieren, daran zu arbeiten und weiterzumachen, statt die Flinte ins Korn zu werfen. Und da wiederum im Umkehrschluss die regelmäßige Überprüfung irgendwo. Wenn du sagst, ey, jetzt habe ich hier meinen Meilenstein, ich will es in diesem Monat oder im nächsten Monat das und das erreichen, oder im nächsten Quartal, dann muss ich halt eben auch gucken, ob es funktioniert hat. Ja. Also, das ist ein riesengroßes Thema. Natürlich muss ich etwas auch nachhalten. Das ist ja nicht die Frage, das muss ich irgendwo auch rechnen. Aber das Problem ist halt, wir leben in einer Gesellschaft, in dem ich heute etwas möchte und morgen muss der Erfolg da sein, sonst schmeiße ich die Flinte ins Korn. Und das Ding ist, es wird aber in den meisten Dingen so nicht funktionieren. Und niemand ist morgen, also hat heute angefangen und ist morgen schon erfolgreicher Milliardär. Vielleicht mag es es auch geben, aber in den seltensten Fällen. Also auch die Menschen, die erfolgreich sind, nehmen wir mal Steve Jobs zum Beispiel. Wie lange hat der in seiner Garage rumgetüftelt, bis der mal erfolgreich geworden ist? Ja, das waren auch mehrere Jahre. Und das ist aber das, was die meisten nicht sehen wollen. Und natürlich auch die meisten Unternehmen haben riesengroße Umsatzziele, weiß der Geier was für Ziele. Ich sage mal so, die werden natürlich auch anders gesteckt. Also die werden ja meistens schon so gesetzt im Bewusstsein, dass man weiß, dass das nicht erreicht wird. Aber wenn man mehr verlangt, wird halt so mindestens das, was man haben muss, quasi erreicht. Aber letzten Endes ist es eben so, egal welche Mühle man nimmt, es dauert eben alles seine Zeit. Und man muss halt einfach dranbleiben und kann nicht davon ausgehen. Es ist genau wie mit Social Media. Viele sagen, ah ja, ich weiß nicht, online arbeiten, das ist so anstrengend. Und ich habe aber keine Lust, jeden Tag irgendwie mein Leben zu präsentieren. Das ist ja sowieso schon der größte Quatsch, weil ich gebe euch Brief und Siegel. Nicht ein einziger Influencer zeigt, wahrscheinlich zeigen die 10 Prozent ihres Lebens. Weil du siehst immer nur das, was die Leute zeigen wollen. Und selbst bei uns weißt du ja de facto gar nichts. Also du weißt überhaupt nicht, wo wir waren. Du weißt es irgendwann mal versetzt, später. Und im Endeffekt, du entscheidest ja, was du von deinem Leben preisgibst. Das ist deine Sache. Und letzten Endes ist es aber so, dass du natürlich nicht heute anfangen kannst. Und morgen bist du, arbeitest du erfolgreich als, was weiß ich, Influencer oder generell online. So wie wir jetzt arbeiten. Das dauert einfach und es braucht eine Kontinuität. Und du musst eben deine Followerschaft langsam aufbauen, aber besser langsam. Und dafür ist es deine Followerschaft. Also die vertrauen dir auch. Wie jetzt auf einmal schnell da Zahlen stehen zu haben, was dann irgendwelche Fake-Zahlen sind. Das ist ja alles Quatsch. Also deswegen, man muss wirklich einfach dranbleiben und Geduld haben. Und ich glaube, das Thema Geduld ist auch so das Schwierige in der Gesellschaft geworden. Egal, um welches Thema es geht. Also man will ja immer diesen Shortcut. Man will immer diese Abkürzung. Es ist halt eben so, da siehst du die 30-Sekunden-Videos. Wenn du da einen Lucky Shot hast, wirst du bekannt über Nacht. Und dann kannst du angeblich die Millionen scheffeln. Ja, aber das sind auch wiederum die falschen Götzen. Also sucht euch Vorbilder aus, da wo ihr hinwollt, die schon den Weg gegangen sind, an denen ihr euch orientieren könnt. Wenn das euren Zielen entspricht. Aber alles andere macht halt eben für mich keinen Sinn, weil es gibt hier nicht die Magic Potion, die du trinken kannst, dass etwas funktioniert. Du musst es halt eben einfach machen. Für den einen User, für den anderen Influencer klappt es besser, für den anderen halt eben schlechter. Heißt aber nicht, dass es für dich das Gleiche ist. Vielleicht muss es bei dir irgendwo auf eine andere Art und Weise funktionieren. Thema Social Media, ja. Aber wer heutzutage noch sagt, ey, damit will ich nichts zu tun haben, da wird irgendwann, also davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, irgendwann auf der Strecke bleiben. Ja. Du musst nicht selber Videos drehen, Shorts und was weiß ich nicht, hier Lives und was weiß ich nicht, auf Twitch live gehen, auf TikTok und sowas und dich präsentieren. Darum geht es nicht. Aber wenn du da einen Schritt hältst, dann wirst du irgendwann überrollt. Also man soll schon wissen, für was sind die Tools da, für was kann ich die nutzen, auf welcher Plattform fühle ich mich wohl. Für viele ist das, auch das Format Podcast, wie wir das hier aufnehmen, eigentlich ist es ja kein Podcast, ne. Also der Ursprung war ja von Steve Jobs, der hat das ja auch alles gemacht, damals über den iPod und Cast, der wollte ein Broadcast, also eine Radiosendung. Der wollte eine Radiosendung für jeden, hat er ja geschafft. Ja, für viele ist es eben auch nicht das Ding, hier in die Kamera reinzutalken und ein System rauszuziehen und darüber zu schwätzen. Aber uns macht es halt eben Spaß, uns bringt es Spaß und wir haben halt eben auch viel zu erzählen, meiner Meinung nach. Ja, ich denke auch, dass so ein Warum einfach wichtig ist, gerade bei uns in der Branche. Ich meine, wir sind im Network Marketing und hier läuft alles nur über dein Warum und dadurch generierst du deinen Antrieb, weil einfach das der Beweggrund ist, warum du weißt, warum du die Extrameile gehst, warum du neben deinem Hauptjob dir vielleicht nochmal was aufbaust. Das ist einfach das A und O und ich sage mal so, wir sind in der Branche seit gestern, wir sind schon seit sieben Jahren mittlerweile in der Branche unterwegs, haben auch eine höhere Position und ich meine, da ist noch ganz viel Luft nach oben, weil wir auch zwischendrin uns auf andere Themen fokussiert hatten, wie jetzt das. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass in den sieben Jahren das Warum sich für mich alleine gefühlt schon zehnmal geändert hat. Also ich kann euch wirklich zehn Warums oder Pros dafür aufzählen. Also angefangen bei einfach einem zweiten Standbein zu haben, weil man weiß, dass man in seinem Job nicht sicher ist. Und keiner hat heutzutage mehr einen sicheren Job. Ich meine, bei uns im Handel ist es eh gang und gäbe, dass man weiß, dass man immer in einer hohen Position einfach immer mit einem Bein im Grab steht und irgendwann kann deine Stunde gekommen sein, wo du weg bist. Das weißt du schon in dem Moment, wo du anfängst. Beim einen dauert es länger, beim anderen weniger lang. Ja, das alleine war schon ein Grund, ein zweites Standbein zu haben, um dann einfach nicht, sage ich mal, vor dem Nichts zu stehen. Ja, dann war es für mich ein Grund, einfach zu sehen, kann ich das aus eigener Kraft schaffen. Es ist ja in der normalen Wirtschaft immer so ein bisschen Nasenlängenfaktor Glück. Bist du gerade am richtigen Ort hier? Bei uns ist es so, du hast einen Marketingplan, den arbeitest du. Und da siehst du, ob du erfolgreich bist oder nicht. Je fleißiger du bist, desto mehr Energie du reinsteckst, umso schneller geht es. Und es kann wirklich jeder schaffen. Also es ist egal, das entscheidet keiner für dich. Du entscheidest es selbst. Das war für mich ein Riesenwarum. Für mich war ein Warum, dass ich gesagt habe, naja, wir wollen Familie gründen und wir haben keine Lust, dann die Kinder gleich, sage ich mal, in den Hort zu schicken und nicht dafür da sein zu können. Jetzt sehe ich gerade einen Harrison laufen. Jetzt habe ich einen Vierbeiner und sage mir, ja, ich möchte auch nicht meinen Hund acht bis zehn Stunden alleine lassen. Natürlich kann er das. Der kann das auch heute schon. Aber will man das? Hat man sich dafür einen Hund geholt, dass er dann am Ende alleine sitzt? Dann ist es passiert, dass enge Familienmitglieder von uns gestorben sind und wir hatten einfach durch das Network-Marketing wirklich die Zeit, einfach nochmal intensiv Zeit mit Domas Mutter und auch mit meiner Oma zu verbringen und vor allem auch jeden Tag ins Krankenhaus zu fahren bei meiner Oma. Das hätten wir sonst auch nicht gekonnt. Das war ein Riesenwarum. Jetzt ist mein Opa da, der muss gepflegt werden. Der isst jeden Tag zu Mittag irgendwo, also bei, wir machen das zu dritt quasi, also er isst immer bei einem zu Mittag und abends geht man nochmal hin und es sind auch diverse Arzttermine zu machen. Das ist das Nächste, warum, sich einfach kümmern zu können, um seine nahe Angehörigen. In dem Fall ist es jetzt mein Opa, aber ich habe ja auch noch Eltern. Und dann ist das Thema, wir reisen einfach ganz gerne. Hier im Network kann man kostenlos reisen und vor allem, man kann den Job weltweit ausmachen durch die letzten, sage ich mal, vier Jahre. Durch Corona wurde uns einfach bewusst, wir wissen nicht, ob wir in Deutschland alt werden wollen. Also wir wollen vielleicht auch irgendwann mal woanders leben, aber natürlich will man nicht seine Karriere aufs Spiel setzen. Ich meine, wir haben hohe Positionen, wir verdienen gutes Geld, das muss man so sagen. Und natürlich will man dann nicht, wie es unsere Eltern gemacht haben, studiert haben, sich was aufgebaut haben, viel Geld verdient haben, dann in ein anderes Land auswandern und auf gut Deutsch gesagt Toiletten putzen. Ich sage jetzt mal ganz übertrieben, weil man seinen Abschluss vielleicht nicht anerkannt bekommt, die Sprache nicht kann, einfach die Barrieren, die Auswanderer haben. Hier bauen wir uns was nachhaltig auf, was wir einfach mit ins Ausland nehmen können. Und zwar in 160 Ländern, nicht nur arbeiten können, sondern auch dort wiederum Leute quasi mit ins Team holen können, mit denen arbeiten können. Also ich glaube, ich habe euch jetzt alleine schon acht Barums aufgezählt. Ja, es kann hier einfach jeder Mensch sein, wie er will, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal was, bei uns ist jeder gleich. Jeder steht füreinander ein. Jeder hilft einander. Und das ist auch was Superschönes. Es ist auch egal, welchen Bildungsstand du mitbringst. Es ist total egal, ob das jetzt, sage ich mal, ein Hauptschulabschluss ist oder eben ein Doktortitel. Jeder hat die gleichen Chancen. Jeder kann anfangen und jeder kann vor allem auch voneinander lernen. Ja, und das sind so viele Gründe, die ich euch jetzt aufgezählt habe, was für mich so das Warum untermauert. Und es trotzdem ändert sich ständig nochmal und nochmal und nochmal. Alleine bin ich so dankbar darum, dass Dommer das Geschäft gearbeitet hat, während ich ja, sage ich mal, mit einem Zweitwohnsitz unterwegs war und wirklich mehrere Male meinen Wohnort wechseln musste vom Job her und er konnte einfach den Laptop zuklappen und mitkommen. Und ganz ehrlich, während Corona war es ja auch gar nicht anders möglich, weil was hätte er denn machen sollen? Also im Endeffekt, das war auch wieder so ein Riesen-Warum, so eine Riesen-Dankbarkeit. Also deswegen, ihr müsst einfach das Warum haben und dann wisst ihr auch, warum ihr an was arbeitet. Ja, vielleicht habe ich da, wie so oft, eine Liste vorbereitet. Vielleicht kann ich da einfach mal, das sind keine Hausaufgaben oder sowas, vielmehr als Tipps zu verstehen für den persönlichen Antrieb. So ein paar Eckpunkte halt, wie man sich sowas herausarbeiten kann beispielsweise. Durch inspirierende Geschichten von berühmten Persönlichkeiten. Es müssen nicht immer nur die Stars und Sternchen sein, es können Politiker sein, es können auch Leute aus deiner Umgebung sein. Vielleicht hat es da auch irgendwo jemanden was gerissen und kann dir da was zum Besten beisteuern. Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Bereichen, nicht nur aus der Tech-Branche, nicht nur aus dem Sport, und nicht nur von hier, nicht nur von da, sondern einfach mal gucken. Vielleicht gibt es dann gemeinsame Nenner irgendwo von den Geschichten. Lektionen finde ich auch wichtig. Lektionen aus Misserfolgen und natürlich auch die Learnings und auch die Erfolge daraus. Was man auch auf dem ganzen Weg nicht vergessen darf, ist das Stressmanagement, Burnout-Prävention, wenn man es so sagen will, die Willensstärkung, wie stärke ich meinen Willen. Jetzt habe ich ja wieder so einen Daumen erzeugt. Ich glaube, ich muss den Daumen so verstecken. Ressourcen für persönliches und berufliches Wachstum. Wo kommt das her? Wie kann ich mir das Ganze frei gestalten? Aber auch die Freizeit, weil alle sagen, ich will nicht nur scharfe, scharfe Häuser bauen, ich will auch die Freizeit, dann musst du das halt eben auch irgendwo einplanen. Aber machen wir uns nichts vor, fünf, sechs Jahre musst du halt eben reingeben für deinen Erfolg. Darf ich kurz was anmerken? Ich denke, wenn du das machst, was deiner Leidenschaft entspricht, was wirklich dir Spaß macht, dann ist es für dich keine Arbeit. Und dann brauchst du auch keine Freizeit und keinen Urlaub von der Arbeit, sondern dann machst du es einfach aus Leidenschaft, am besten 24 Stunden, weil es einfach genau das ist, was du möchtest. Und weil dein Warum groß genug ist, es einfach zu tun. Genau, also auch nicht nur die, eben sagte ich, die persönlichen Geschichten, Erfolgsgeschichten von berühmten Persönlichkeiten, sondern vielleicht auch, wie sahen die täglichen Routinen aus? Klar, kann man immer alles abkaufen von Leuten, die mega erfolgreich sind. Auch dieser 4AM oder 5AM Club, wäre nichts für mich. Viele feiern das, morgens um 4 Uhr aufstehen und dann das schon reinzuhasseln. Wobei tägliche Routinen, erfolgreiche Menschen, die Macht der kleinen Schritte und Gewohnheiten, also die kleinen Brötchen backen, bis man halt eben zum Baguette kommt und wie man schlechte Gewohnheiten ablegt und gute etabliert. Weil viele sind dann wieder im Sing-Sang und machen das, was sie schon immer gemacht haben und das machen sie falsch, statt mal neu zu denken, aus der Komfortzone rauszutreten und halt eben neue Eigenschaften, neue Routinen zu etablieren. Also ich denke, man kann sein Leben jeden Tag ändern. Man braucht dafür keinen Montag, man braucht kein neues Jahr, man braucht auch nicht einen neuen Monat. Man kann jetzt in der Minute anfangen, aber ich würde empfehlen, setze ich erst mal hin und finde raus, warum wirklich du das machen möchtest. Weil wenn, wie gesagt, das Warum ist das A und O, alles andere kannst du außen rum stricken, kannst du dir anlesen, kannst du tun. Aber wenn dieser Antrieb fehlt, wenn diese Idee, diese Leidenschaft fehlt, morgens aus dem Bett zu gehen und zu wissen, für was man das gerade tut, dann wird es einfach schwer, weil du keinen Sinn da drin siehst. Und einen Sinn kannst du erst in der Sache finden, wenn du wirklich dein Warum gefunden hast. Und ich würde sagen, dass 90 Prozent der Menschen morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, weil sie Geld verdienen müssen, um Rechnungen zu bezahlen, aber dass sie eigentlich den Sinn da drin nicht sehen und es vielleicht auch nicht fühlen und mögen, auf diese Arbeit zu gehen. Deswegen, ja, gilt es eben darum, wenn man was anders machen will, einfach ein Warum zu finden und daran zu arbeiten. Genau, also ich würde auch an der Stelle schon irgendwie sagen, das war ausreichend eigentlich. Ich würde jetzt sagen, ich gebe euch eine Hausaufgabe mit, bis zum nächsten Podcast, klären wir euer Warum. Aber ich denke, die Quintessenz allen ist halt eben wirklich das Warum zu finden, was treibt dich an. Und alles Weitere dahin ist wiederum sehr, sehr individuell, wie dein Zeitmanagement aussieht, wie deine Freizeit aussieht, wie dein Stressmanagement aussieht, Familie, Kids, vielleicht bist du alleine stehend und, und, und. Es gilt zu klären, was ist dein Warum und wie wird dann dein Weg gestaltet. Genau. So ist es. So kann man in den Montag rein starten. Wir wünschen eine gute Nacht. Genau, gute Nacht. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.